Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rocket League zusammen mit Markus und Tiag. Hallo. Wir spielen heute 3 gegen 3 und Markus checkt mich vielleicht mal zum Start weg. Gibt's nicht, ne? Oh, wir sind ja orange. Bleib mal hin. Schön, der Torwart ist rausgegangen. Jo. Ha, mich noch ein bisschen zur Seite geschleift. Oh Mann, ist der Internet. Oh. Ja, der Internet. Ich denke, das war immer so schön aus, als ob man das Bein im Mund war. Ja. Da ist immer noch ein bisschen Beigeschmacht. Das ist der Internet. Ja, Internet. Ja. Mein drösster Verbindeter und Freund. Yes. Okay. Oh ja. Sehr gut. Schöner Schuss. Ich dachte eigentlich schon, dass deiner drin ist. Ja, dachte ich auch, aber... Ich hab nicht genau aufs Tor geschossen, einfach nur. Einfach nur drauf. Ja. Ja. Erstmal weg von unserem Tor. Eben. Ups, der war knapp. Ja. Ich habe ihn in der Karte gebrochen. Ja. Ach, das war kein Wörter. Ich habe ihn in der Karte gebrochen. Ja. Ach, das war ein Wörter. Ja. Boah, zoi Ich dachte, er wäre schneller Also würde länger oben bleiben Aber wir füllen noch Da ist er rum Ja Boah, leck, Alter Entschuldigung Will keiner von euch irgendwie? Ja, und Markus ist noch in der Mitte gestanden Aber ich bin aktuell noch im Tor Also, ich muss nicht zurück Ah, ich hab schon Was ist nur schon wieder für eine Hackerlei da drüben, Michael? Nicht raus, Alter Oh, der kommt Jo Okay, war zu früh Oh, nicht jetzt Geht irgendjemand von euch zurück? Ja Ich schon Yes Hab ich Scheiße Oh, sorry Leute Passt nicht So blöd getroffen So blöd getroffen Ich war Ups Boah Noch eine Minute für ein Tor Noch eine Minute für ein Tor Nur leg up Nur Eine Minute für ein Tor Direkt in die Nachspiel-Streit, ja du bleibst nicht wahr Nein, verpasst Und Warte Oh ja wenn ich erwischt, wenn ich erwischt, ich blieb an die Decke. Ja, krass. Ja, aber hätte er nicht ganz so getroffen, ne? Oh, ich hab nur Minimal berührt. Oh, shit! Das war jetzt auch mehr Glück von unserer Seite. Das war, ja. Kascha, Markus! Nein! Schade. Markus? Nun. Komm. Jawohl. Markus? Oh, jetzt ist keiner hier zum Thema. Oh nein, er ist mir direkt auf die Motorhaube. Hey. Ja, aber war okay. Aber da konnte ich wenig machen. Ich hab mal versucht, nach links zu springen und werbe zu spät, um zu reagieren. Ich stand leider bei der Abwehr schon zweit links. Was? Naja, jetzt sind wir doch wieder ran los. Ich würde sagen, hängen wir gleich nochmal nur die zweite Runde hinten dran. Tolle. Und die wird jetzt gewonnen. Ja. Ich möchte gewinnen. Ich steh wieder hinten. Oh, das war zu hoch. Oh, das war zu hoch. Mach weg. Ich versuche zu verlängern. Ja. Und ich versuche zu... Nein! Klapp. Oh. 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 Ich hätte nur rumgeschleutert, oder? Ja, für mehr Kunden freuen wir dann. Oh, fördern. Oh, sorry. Habe ich. Oh nein. Ich habe gerade die ganze Ende rumgeschleudert. Ja, das spür ich schon wieder mega spannend, weil die Team sind extrem ausgesessen, glaube ich. Ja, geht eigentlich, würde ich sagen. Du, das scheinst so. Es ist ja im Grunde nur 2 gegen 2. Oh shit, der kam, der kam, den hat er gut geschossen. Das wurde nicht erwartet. Ja doch, dass da einer schießt an mich, klar. Der kommt. Ja. Schade. Ich hab. Oh nein. Oh nein. Oh fuck. Ich hatte aber Angst, wenn ich da stehen bleibt, dass er mich ausspielt. Es waren noch Millimeter, die da gefehlt haben. Ich bleib hin. Oh nein. Ah, schade. Oh nein. Oh nein. Ich war aber dran. Oh nein. Markus hast ihn wieder reingemacht. aus dem ich ihn gecleared hab Entschuldigung Ich wollte ihn ja auch nur retten What the fuck Ah komm der sieht ja so gut aus Jawoll Ja Ich hab den Gegner gegen deinen Ball geschossen Ja komm so Ne ich glaub ich hab den Gegner gegen deinen Ball geschossen Wieso? Guck dir das ein Replay an Ja Ich fahr Markus Ich fahr Wann? Ja Oh Ach wieder zu hoch Ich hab die ... ... ... ... Pfeil ist dran Nein Ja. Oh verdammt. Sehr schön. Also die Verteilung ist mir echt scheiße. Ja sobald dieser Banana Madness vorbei ist, haben sie verkackt. Weil das ist den ihr Torwart. Die anderen zwei tun in der Verteidigung gar nichts. 1-2 noch, 17 Sekunden. Jetzt alle drei vor einfach. Gubi! Das war ein Vorschuss. Aber das stand in der Kippe. Na ja, dann muss er doch nicht mit dem Sieg vielleicht demnächst mal. Wir sagen uns, dass wir das nächste Mal in einem weiteren Volk und bis dahin. Ciao. De Lunders.